Willkommen zu einem neuen PropFrax OnAir Tutorial. Ich zeige dir heute, wie man mit der Nachrichtenplanung in PropFrax umgeht und sie dann in den Overlay-Scanular einplant. Als erstes öffnen wir hier natürlich nur unter Enterprise-Version verfügbar, AdWord & News Management. Das dauert einen kurzen Moment, bis das Fenster aufgeht. Und dann haben wir hier die Reiter Partners, das ist nur für die Werbeplanung und News für die Newsplanung. Man muss sich das Ganze so vorstellen, man kann jetzt hier mit Rechtsklick Add New News Category verschiedene News-Kategorien festlegen. Eine News-Kategorie wäre für mich zum Beispiel, wir haben von der dpa oder woher auch immer voraufgezeichnete Nachrichten, die in einem Stück produziert sind. Dann gibt es zum Beispiel noch eine Wetter-Kategorie von einem voraufgezeichneten Wetter, voraufgezeichnete Verkehrs-News etc. Also alles, was quasi irgendwie separat, zum Beispiel durch einen Trenner getrennt, laufen soll. Je nachdem, welche Anforderungen jetzt man an die News-Sektion hat, muss man das unterschiedlich planen. Wenn man jetzt zum Beispiel für alle Elemente dasselbe Soundpad hat, kann man alles hier in diese News-Kategorie reinhauen. Und dann auch hier mit Import-Track die verschiedenen Tracks für die News dort reinsetzen. Man kann dann auch hier auswählen, wie die Tracks nacheinander abgespielt werden. Ist jetzt aber nicht zu empfehlen, wenn sich die News stündlich ändern und die Datei überschrieben wird, womit sich auch der ID3-Tag ändert, von der MP3 zum Beispiel. Weil, wie man sieht, man muss hier entweder die Priority angeben, was in den Meta-Tags geht, oder eben alphabetisch arbeiten. Und ich muss gestehen, ich habe es lieber getrennt. Das heißt, ich lege eine News-Kategorie für News an, eine weitere für Wetter, eine weitere für Verkehr etc. Je nachdem, wie filigran man das eben unterteilen möchte und wie automatisiert auf die einzelnen Dateinamen zugegriffen werden muss. Ich gehe jetzt hier davon aus, dass ich verschiedene Dateien habe und die alle ein unterschiedliches Bett. Also lege ich hier als erstes zum Beispiel an, Nachrichten ganze Stunde. Den Opener lege ich hier nicht fest, sondern den lege ich dann später wirklich im Overlay-Scheduler fest. Man kann ihn hier festlegen, wenn es einen generischen Opener gibt, aber wenn es jetzt pro Stunde einen eigenen Opener mit der Uhrzeit gibt, würde ich das immer dann später im Overlay-Scheduler machen, wo ich die einzelnen Werbeelemente dann definiere. Separator kann ich machen, Soundbed auch einfach hier eintragen und dann hier einfach mit Import-Track den Nachrichten-Track auswählen. Als nächstes lege ich dann noch weitere Kategorien an. Ich lege jetzt nur mal eine zweite an, nämlich sagen wir hier Nachrichten ganz Wetter. Auch hier steht euch die komplette Sektion der Media-Types zur Verfügung und ihr könnt hier natürlich jeden Media-Type zuordnen für die unten genannten Dateien. Soweit erstmal. Jetzt kann ich hier die News-Sektion wieder schließen. Wenn ich das nun gemacht habe, gehe ich hier einmal auf Reload Advertising and Overlays, damit ich die letzten Einstellungen auch aus dem News-Management mit drin habe. Jetzt hier in den Overlay-Scheduler rein und wie ihr seht, der ist komplett leer. Das heißt, ich lege mir jetzt hier ein neues wiederkehrendes Overlay an. Sage in dem Fall stündlich, weil Nachrichten kommen ja stündlich, immer um 0. Startzeit ist nicht wie hier angegeben, sondern tatsächlich 0 Uhr, 0 Minuten. Okay. Dann sage ich jetzt hier Nachrichten ganz. Wähle zum Beispiel noch jetzt die Farbe aus, News. und sage nein, es ist kein AdWords-Slot, es ist ein News-Slot und wähle jetzt hier aus dem Dropdown meine Nachrichten aus, die ich haben möchte. Nämlich erst laufen die Nachrichten der ganzen Stunde. Und ganz wichtig, hier die Optionen noch beachten. Ich habe es zum Beispiel gern, dass der Moderator, okay, allow Editing, allow Delay, Cancel, Moderator Changes, etc. Und Force Usage, Never Suppress ist auch ganz wichtig, weil nicht, dass es mal mit einer anderen Programmeinstellung kollidiert im Scheduling und dann kann so ein Overlay auch mal unterdrückt werden. Und damit das nicht passiert, kann man für die wichtigsten Overlays sagen, pass auf, das darf niemals unterdrückt werden und kann das dann hier quasi mit einstellen. Soweit. Jetzt als Starttypus fixed oder soft nehmen und sagen, okay, die Nachrichten um ganz dürfen maximal 30 Sekunden verzögert sein und maximal 30 Sekunden zu früh sein. Auch das kann ich machen und auch hier gibt es wieder die Option Bridge Track für Pausen zwischen dem Programm, um das Ganze abzufedern. Jetzt kann ich hier noch als Condition auswählen, bitte nur ausführen, wenn der Scheduler läuft, weil ansonsten brauche ich keine Nachrichten. Ganz wichtig ist auch hier Title Updates. Hier würde ich wählen No Title Updates, damit nichts Kryptisches übertragen wird im Stream. Jetzt hier bitte noch den Opener wählen und den Closer, sofern verfügbar. Und dann wird quasi innerhalb dieses Nachrichtenelements dann der Nachrichtentrack abgespielt und wenn ihr dann zum Beispiel noch ein Soundpad ausgewählt habt, direkt dann das Soundpad noch darunter. So kann man das wirklich schön separieren. Wer noch tiefer gehen möchte, kann auch hier für das Overlay Gesamt noch irgendwelche Befehle mit dazu tun. Okay, und damit hätte ich jetzt die News drin. Jetzt fragt ihr natürlich, aber Moment, ich habe ja noch das Wetter, muss ich das nicht jetzt auch hinzufügen? Ja, müsst ihr. Und zwar, bevor das ordentlich geht, müssen wir in die Einstellungen. Und zwar müssen wir jetzt hier auswählen, hier bei der Sektion Overlay and Advertising Management, dass Overlays, die zur gleichen Zeit starten, kombiniert werden. Combine Parallel Overlays. Diese Option muss angehakt werden, wenn ihr mehrere News-Kategorien gemeinsam abfeuern wollt oder braucht. Wie funktioniert das jetzt im Detail? Wir gehen wieder zurück in den Overlay Scheduler. Ihr seht, wir haben die Nachrichten bereits drin und damit das Wetter direkt im Anschluss kommt, brauchen wir ein neues Overlay und das muss die exakt gleiche Startzeit haben wie das andere, nur dass sich die Priorität nach hinten verschiebt. Also auch hier wieder stündlich 0, 0, 0, 0. Jetzt sagen wir Nachrichten, Wetter, Gans zum Beispiel. Will ihr dann hier jetzt den passenden Typ noch aus? Muss ich nicht. Und jetzt hier bei Typ natürlich News und Wetter. Bei Optionen wieder genau dasselbe, je nachdem was man eben haben möchte. Und auch hier Force Usage, Never Suppress. Starttypus ist auch wieder Soft. Auch hier wird ihr die gleichen Zahlen eintragen. 30 Sekunden zu spät und 30 Sekunden zu früh. Und jetzt hier oben, ganz, 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 ganz wichtig, die Priorität richtig setzen. Und zwar wird die Aufsteigen gesetzt. Also 0 kommt als erstes, dann kommt 1, 2, 3 etc. Da die Nachrichten defaultmäßig 0 haben, beziehungsweise das erste Element im Overlay Scheduling, sage ich jetzt hier zum Beispiel 1. Das heißt, Wetter kommt immer nach den Nachrichten, weil Nachrichten hat 0. Wetter hat jetzt 1. Auch hier wieder nur Title Updates. Und hier nicht vergessen, zum Beispiel einen Opener setzen oder einen Closer. Wenn ihr das habt und das Nachrichtenelement selbst zum Beispiel noch ein anderes Soundbit dann hat. Auch hier wieder OK. Und jetzt seht ihr, dass diese Overlays genau parallel laufen. Und mit der Option in den Settings Combine Parallel Overlays werden jetzt beide hintereinander direkt abgespielt und nicht abgebrochen. Soweit ist das jetzt drin. Und jetzt können wir hier wieder schauen, ob wir irgendwas neu laden müssen. Nein, hat er schon alles gefressen, müssen wir nichts neu laden. Und damit wären die News jetzt fix im Programm.